Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. An die Snackerschabernack, Leute, er kann nichts und nach. Schmutz, frisst die Pfeile weg, wer hat sie wohl wegversteckt? Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Liebe Eltern, wir spielen euch das Taterstück vom Pumukli. Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. An die Snackerschabernack, Leute, er kann nichts und nach. Schmutz, frisst die Pfeile weg, wer hat sie wohl wegversteckt? Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. An die Snackerschabernack, Leute, er kann nichts und nach. Schmutz, frisst die Pfeile weg, wer hat sie wohl wegversteckt? Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Kuh wohl mit dem roten Haar. Applaus Gibt's hier Mäuse? Gibt's hier Geister? Ha, 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 ha. Ich viele gerche und versteckt dem Geister, das gibt's doch nicht, ich spiele doch nicht. Applaus Das ist der Pummelkel. Er ist ein Kobold. Die Pummelkel sind unsichtbar. Bis die Pummelkel bleiben. Meistereider sind Pummelkel. Aber die anderen Leute sehen ihn nicht. Gar nicht so einfach, oder? Jetzt kommen Kunden, die den Pummelkel nicht sehen. Pummelkel nutzt das aus und ärgert die Kunden. Pummelkel 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 Pummelkel